Hier mal ein kurzes Tutorial-Video zur Einrichtung von Apple Music und zwar wie man jetzt hier sieht, sobald man da das Abo abschließen möchte, wird man dann gefragt, was man hier für Musik hört und dann kann man jetzt hier diese Blasen einfach durchklicken, quasi in der Priorität erhöhen oder eben verkleinern und dadurch kriegt man dann eben Vorschläge an Musik und so weiter. Und wenn man das jetzt hier eben einrichtet, kann man hier auch noch Künstlerinnen und Künstler hinzufügen, wenn man da Lust drauf hat oder... Oh je, was wird denn jetzt hier vorgeschlagen? Richtig gut. Auf jeden Fall kann man jetzt hier was auswählen und dann wird hier auch in Apple Music direkt schon angezeigt, eben passende Songs dazu, passende Playlisten und so weiter und man hat dann entspannt quasi alles auf einen Blick. Und das ist quasi auch schon die Einrichtung von Apple Music. Das soll das Video gewesen sein. Ciao, ciao.